I, I und nochmal I. In diesem Video geht es um Substantive der dritten Deklination. Latein einfach erklärt, die I-Stämme der dritten Deklination. In der dritten Deklination haben wir ja Substantive, die Maskulinum, Femininum oder Neutrum sein können. Wichtig ist, dass ihr immer den Genitiv mitlernt. Denn wenn dieser auf IS endet, wisst ihr, dass diese Nomen zur dritten Deklination gehören. Worum geht es hier? Um Substantive, deren grammatisches Geschlecht oft Neutrum ist und häufiger ein I haben, als ihr es bisher kennengelernt habt. Daher nennt man diese auch I-Stämme der dritten Deklination. Ein Beispiel, mare, das Meer. Ein Substantiv auch im Lateinischen im Neutrum. Im Genitiv lautet die lateinische Form ganz normal, wie es zu erwarten ist, mares. Auch der Dativ mari und der Akkusativ mare sind nicht besonders. Denkt daran, dass im Neutrum Nominativ und Akkusativ ja immer gleich sind. Im Applativ haben wir nun wieder das I, in mari, auf dem Meer. Sieht also genauso aus wie der Dativ. Im Plural kommt im Nominativ und damit auch im Akkusativ ein I vor dem A. Maria also. Und auch im Genitiv finden wir ein I vor dem Um, marium, der Meere. Der Dativ und Applativ Plural enden ganz normal auf Ibus. Zu diesen I-Stämmen gehört zum Beispiel Navis, das Schiff, oder auch Animal, das Tier. Zu diesen I-Stämmen gehören auch ganz wenige Nomen, die nicht Neutrum sind und auch im Akkusativ auf I-M enden. Zum Beispiel Turis, der Turm, lautet im Akkusativ Turim. Das steht dann aber im Wortschatz dabei. Und was könnte Turim auch anderes sein als Akkusativ? Das war's schon mit den I-Stämmen. Eigentlich müsst ihr weiterhin nur die üblichen Endungen der dritten Deklination wie im Schlaf auswendig können. Dann sind auch diese I-Stämme überhaupt kein Problem für euch. Latein einfach erklärt die I-Stämme der dritten Deklination. Das ist die I-Stämme der dritten Deklination. Das ist die I-Stämme der dritten Deklination. Vielen Dank.